Wie jeden Morgen treffen sich die drei Freundinnen kurz vor der Arbeit in der Kantine noch mal auf einen Kaffee. Sagt die Erste, hey Mädels, ihr glaubt es nicht, aber mein Mann Rolf hat immer total kalte Eier, wenn ich ihn da unten hinpacke. Sagt die Zweite, oh doch, und wie ich dir das glaube, bei meinem Rüdiger ist es genauso. Hab immer das Gefühl, er trägt da unten keinen Sack, sondern einen Eisbeutel. Die Dritte, Martina, äußert sich dazu gar nicht und schweigt die restliche Zeit. Tags drauf treffen sich die drei Freundinnen morgens wieder. Die schweigende Martina vom Vortag hat allerdings heute ein dickes blaues geschwollenes Auge. Die beiden Freundinnen fragen entsetzt, oh mein Gott, was ist denn mit deinem Auge passiert? Martina antwortet, oh ja, mein Mann ist gestern ganz schön ausgerastet, als ich ihn in den Schritt fasste. Dabei habe ich ihm nur gesagt, dass er genauso kalte Klöten hat wie Rolf und Rüdiger. Okay, wir sehen uns, bis jetzt in die Aufstehung.